Als erstes Kartin, da habe ich den Sinn, war eine ganz, ganz tolle mitreißende Nummer. Als drittes von Schenau, Heheo, die Nummer kennt die da, und Country Roads als Höhepunkt. Dann nutze ich die kleine Pause, die entstanden ist, und dass wir uns auch dafür bedanken, dass Mitglieder aus Rat und Verwaltung hier auch erschienen sind und uns hier unterstützen, und die Eltern und die Jugendlichen. An erster Stelle unsere Bürgermeister Andrea Zeimer. Vielen Dank. Gut, Frau Hall, die SPD von Tau habe ich gesehen, und frohseligermaßen für die Mitglieder von Karte. Ich habe ein Grüßchen nicht vergessen von der Mitglieder. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig. Ich weiß es. Frau Herr Müller, das hat gesagt. Ich habe es nicht gemacht, das ist auch nicht so cool. Mein Kind, der steht, ich weiß es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020